so freunde herzlich willkommen zu diesem neuen video minimalismus das ist ja schon ein bisschen länger ein thema für mich und ja jetzt habe ich mal so ein bisschen zurückgeschaut darüber nachgedacht was für dinge ich eigentlich gar nicht mehr kaufe und das könnte auch interessant sein vor allem wenn man gerade mit minimalismus startet oder auch gerade mal wieder bock hat einfach auszumisten bei welchen dingen kann man eigentlich abstriche machen oder welche häuft man gar nicht erst an lassen starten erstens deko diesen salamander keine ahnung ob ich den jemals irgendwie gekauft habe mir den jemand geschenkt hat solche sachen die kauf ich auf jeden fall nicht mehr deko also deko ist ein thema ich weiß nicht du kannst mich durch einen butlers jagen durch ein depot irgendwie denke ich mir immer da gibt man geld aus für was eigentlich genau und klar gibt so ein paar dinge die sehen irgendwie schön aus aber ich finde bei deko hat man unheimlich auch das oder sehr unheimlich schnell das gefühl dass es so den reiz verliert also wenn es dann irgendwo mal da ist gewöhnst du dich dran und ich bin mittlerweile eher dass ich eher so eingestellt dass ich dann auch mal mit deko variiere ich habe auch keine bilder an der wand weil auch bilder da sehe ich mich irgendwie sehr sehr schnell satt dran und deswegen gebe ich dafür auf jeden fall kein geld aus zweitens abonnements da hast du gerade irgendwie der netflix oder prime geholt und da schnellt schon der nächste streaming dienst aus dem boden jetzt kommt noch irgendwo zu disney plus und war auch noch paramount plus dazu und ich denke mir so na hör mal jetzt irgendwann reicht's auch weil wenn du bei allen jetzt ein abonnement hättest dann wärst du ja schon mal irgendwo bei fast 100 euro im monat das funktioniert natürlich auf dauer nicht deswegen da zu schauen welches abonnement brauchst du wirklich und auch zu schauen das monatlich kündbar zu halten weil wenn du dann erstmal wieder wie im fitnessstudio drin hängst in dem jährlichen abonnement dann wird es saftig deswegen grundsätzlich schaue ich auch immer lieber monatlichen kleinen betrag mehr zu zahlen wenn ich mir noch nicht ganz sicher bin zum anfang beim abonnement genau wie bei einer mitgliedschaft auch im fitnessstudio einfach um die flexibilität zu haben wenn ich raus will kann ich jederzeit raus pflegeintensiver pflanzen okay sind wir mal ganz ehrlich es gibt schon sehr sehr geile und auch abgefahrene pflanzen und ich habe jetzt hier eine philodendron und die fand ich auch eigentlich sehr 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 schön doch leider lässt sie schon ein bisschen ihre blätter hängen und ich frage mich was braucht sie jetzt gerade und ich spreche auch mit ihr aber ich kann sie nicht glücklich machen der boden ist ja ist nicht zu feucht nicht zu trocken aber sie muckt trotzdem rum und das liegt einfach daran dass sie keine pflege leichte pflanze ist und deswegen ist es das wahrscheinlich auch die letzte pflegeintensive pflanze die ich mir hole weil ich habe einfach keinen grünen daumen ich bin gerne auf reisen und ich brauchte einfach pflanzen die auch mal ganz gut klar kommen wenn sie nicht gedüngt werden vielleicht mal eine zeit lang kein wasser bekommen oder ein bisschen länger im kleinen topf ausharren müssen bis sie dann mal umgetopft werden und dementsprechend absoluter game changer für mich anstatt immer wieder dann neue pflanzen kaufen zu müssen einfach mal die pflegeleichten zu kaufen bei denen zu bleiben und das ist dann auch auf dauer ein bisschen nachhaltiger kleidung für exklusive anlässe ich weiß das noch ziemlich genau wie ich da vor drei jahren im laden stand mit meinen beiden begleiterinnen und die haben gesagt dennis du siehst da so gut drin aus nimm den das war kein günstiger anzug und es stand auch glaube ich gerade irgendein offizielles event an wo er dann wahrscheinlich ganz schick an mir ausgesehen hätte und ja ich habe ihn auch getragen aber wie oft und da stelle ich mir die frage so viel geld auszugeben für diesen einen anzug der jetzt dann doch im schrank hängt und ich hatte vorher schon einen anzug war es das wirklich wert und deswegen kaufe ich jetzt eigentlich immer nur kleidung die das potenzial auch hat für die heavy rotation also dann auch wirklich intensiv von mir getragen zu werden und ich glaube das ist einfach am ende eine sache das spart zeit geld und vor allem platz das neueste handy kaufen es kann schon sehr verlockend sein ich weiß wenn dann wieder ein neues gerät rauskommt vielleicht auch das neue iphone mit neuen features und man überlegt auch noch eine bessere kamera und man kommt ins grübeln tatsächlich war es aber bei mir so dass ich ganz lange jetzt auch bis anfang des jahres tatsächlich noch mit einem vier oder fünf jahre alten iphone 7 unterwegs war und ich habe es wirklich so lange rausgezögert bis es gar nicht mehr ging also bis wirklich der speicher einfach begrenzt war ich hatte ein 32 gigabyte ding man kann es ja beim iphone leider nicht erweitern oder bis der akku auch einfach den geist aufgibt und die akku kapazität war schon so schwach er hat nicht mehr an meinen tag überlebt das heißt musste schon ab der hälfte des tages laden und das waren dann so gründe wo ich gesagt habe okay jetzt kann es auch sinn machen nicht nur aufgrund der features nicht nur aufgrund ich möchte dass die neueste version haben auch umzusteigen und dann kaufe ich mir auch ein neues phone was ich mir aber abgewöhnt habe ist immer die neueste version wenn jedes jahr das neue handy rauskommt kaufen zu müssen genauso wie bei zum beispiel der gopro oder drohnen oder auch beim laptop wenn man jetzt sich ein laptop wiederholt ja gibt es auch immer wieder also alle zwei drei jahre irgendwie ein schönes macbook was man sich da holen kann was vielleicht noch ein bisschen leistungsfähiger ist aber auch mit dem zu arbeiten was man hat solange es geht das ist jetzt gerade das was ich eigentlich immer so mache exotische gewürzmischung wer kennt es nicht manchmal kann so eine gewürzmischung schon was feines sein ich habe jetzt hier auch mal so was habe ich hier ankerkraut hamburger chai porridge gewürz und dann hier die geheimwaffe rührei deluxe oder natürlich hier unseren chinese allrounder und ja ich kann es euch sagen das war irgendwie nur so für ein zwei gerichte meine feine sache aber so richtig benutzen tut man die dann im alltag vielleicht doch nicht und dann sammeln sich ganz viele an und du hast vor allem hier auf einer wg wo ich gerade bin hast du dann regal nur voll mit gewürzmischung und da sind auch ein paar schon von ich weiß gar nicht wenn der hier gut der ist auch schon im juni 2022 abgelaufen der kann direkt mal aussortiert werden ja der sammelt sich an nimmt platz weg und deswegen gewürzmischung kaufe ich nicht mehr siebtens neues equipment vor allem wenn man kreativ tätig ist aber auch bei verschiedenen anderen hobbys da packt eine relativ schnell die sogenannte gierlast und die gierlast die sorgt dafür dass wir glauben wenn wir jetzt noch das und das equipment das und das material kaufen dass wir noch mal um welten besser werden oder ganz andere ergebnisse erzielen können und meine mitbewohnerin die mal zum beispiel gerne und dann muss es für das nächste gemälde natürlich bestimmte metallische wasserfarbe sein die jetzt gerade noch nicht da ist die muss also erstmal gekauft werden das kann natürlich im einzelfall sinn machen und gerade auch die kreativität anregen wenn man das mal macht aber gerade auch so im kamera bereich jetzt ich als videograf irgendwann muss man auch mal so einen kleinen stopfer reinsetzen weil das artet uns irgendwann aus also ich arbeite jetzt auch schon länger einfach mit dem gleichen system bin super zufrieden und kann jetzt auch eine gewisse qualität erzeugen mit meinem mit meiner kamera mit meinem stativ und auch mit den objektiven die ich habe und natürlich könnte ich jetzt jede woche mir anschauen was gibt es gerade für neue objektive welche kamera kommt gerade raus was kann die noch aber auch das ist wie bei dem iphone thema dass das funktioniert auch einfach nicht weil das sehr 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 doll ins geld geht und es ist halt auch dieser zeit aspekt tatsächlich sich einfach auch damit die ganze zeit auseinanderzusetzen mit diesen und diese und jenem feature das nimmt ja die zeit auch einfach kreativ aktiv zu werden achtens bücher was sie auch nur noch ganz 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 selten im laden neu kaufe sind bücher ich finde es gibt so viele schöne möglichkeiten an büchern zu kommen das kann über eine bibliothek sein vielleicht auch in deiner eigenen stadt das kann über bücherschränke sein auch öffentliche bücherschränke alte telefonzellen die umgebaut worden sind büchertausch börsen wir haben jetzt gerade im co-working space in dem ich arbeite ein buchclub gestartet da auch gegenseitig bücher vorzustellen und sich auszutauschen und vielleicht auch wirklich die bücher einfach mal zu tauschen da gibt es so viele möglichkeiten da sehe ich gar nicht mehr so den sinn dass man jetzt wirklich jedes einzelnen buch kaufen muss den einzigen vorteil den ich da vielleicht sehe ist dass man einfach noch mal ganz anders mit diesem buch umgeht wobei ich immer gemerkt habe wenn das buch ganz ganz neu ist hindert es mich eher darin zum beispiel darin rumzukritzeln oder so als wenn es jetzt zum beispiel ein benutztes gebrauchtes oder einfach ein älteres buch war gibt es ja auch noch die möglichkeit der hörbücher und auch da glaube ich auf audible unterwegs zu sein und sich einfach mal ein hörbuch runterzuladen ist nicht nur nachhaltiger sondern spart hier glaube ich am ende auch immer ein bisschen geld jetzt erstmal die möglichkeiten die man hat um bücher zu lesen ohne dass man sich immer neue bücher kaufen muss ich muss natürlich sagen ist es einer der punkte hier mache ich auch mal eine ausnahme und ich glaube das ist ja auch das wichtige am minimalismus wenn man zu starr und zu verschränkt in seinen konzepten wird und gar nicht mehr offen denkt weil es kann ja wirklich sein dass ich einfach sage das ist jetzt ein buch das möchte ich hier haben das weiß ich das will ich auch noch ein paar mal lesen das habe ich jetzt gerade in der buchhandlung entdeckt ich finde dann kann man auch mal die prinzipien ein bisschen anweichen wenn man das mal so ausdrücken möchte und da bin ich der letzte der irgendwie extrem wird und sagt so nein das war mein prinzip und deswegen tue ich das nie wieder da bin ich auch ganz ehrlich mit euch das hat auch was mit der philosophie wie ich minimalismus betrachte eigentlich viel zu tun denn für mich bedeutet minimalismus ja eigentlich eher sich frei zu fühlen und wenn ich dann diesen prinzipien ja folgen würde dann schreckt man sich ja dann doch irgendwo auch etwas mehr ein im alltag aber ich glaube da muss jeder so seinen eigenen rahmen finden so das waren jetzt acht dinge die ich nicht mehr kaufe mich würde jetzt natürlich interessieren was sind eigentlich dinge die du nicht mehr kaufst oder auf die du schon seit längerer zeit verzichtest ich habe das einmal unten in die kommentare und dann würde ich sagen sehen wir uns schon ganz bald hier wieder auf dem kanal ich freue mich ein